Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Inazuma Eleven Go-Licht-Let's-Place. Ich meine, Kranin, ihr schaut lieber Games for You. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, die Titel hier immer. Wenn man erstmal so Team Ogre im Hinterkopf drin hat, 100 Folgen lang dasselbe gesagt hat, dann ist es total schwer, finde ich, sich umzugewöhnen. Aber hier ist die Fahne und es sieht einfach nur so geil aus, ey, es ist der Hammer. Oh, ich hoffe, meinem Virtuosen geht es gut. Hey, Rosi, wenn du dir solche Sorgen um ihn machst, warum gehst du da nicht in den Sanitätsraum und siehst nach, wie es ihm geht? Stimmt, der war ja fertig gemacht worden. Was, wenn er nur da liegt und schläft? Das geht doch nicht. Ich meine, ich kenne ihn doch kaum. Und wenn er aufwacht? Nein, nein. Warte, wo willst du denn jetzt hin? Ah, die ist mir eine. Ah, ihrem Virtuosen. Sieh mal in Kapitän Ricardo. Dann ist er wohl immer noch im Sanitätsraum. Ich sehe besser selbst mal nach. Kapitän, Kapitän, ich weiß, du bist halb tot. Aber ich soll jetzt noch das Bobetrainingen. Oha, jetzt geht's ab. Da steht er ja. Da ist er ja. Mal sehen, wie es ihm geht. Sprich mit Ricardo. Okay. Das habe ich vor. Er hat anscheinend nicht mal mitbekommen, dass er seinen Kampfgeist entfesselt hat. Oder? Unglaublich. Als sein Kampfgeist erwachte, hatte der Kapitän mehr Feuer in sich als jemals zuvor. Als wäre er jemand anders. Ich muss Ricky bald sagen, dass alle aufhören wollen. Mann, das wird übel. Sam, tut mir leid, dass du dir wegen mir Sorgen gemacht hast. Und die anderen auch. Es gibt schlechte Nachrichten, Kapitän. Eine Menge Spieler und alle Manager haben beschlossen, den Klub zu verlassen. Das ist halt das Problem so mit dieser zweiten Mannschaft. Da kommen halt auch Leute rein, die haben so gar kein wirkliches Interesse am Fußball, sondern wollen sich nur im Erfolg und an der Famous-Haftigkeit, sag ich mal, sonnen. Was? Die erste Mannschaft ist noch komplett, aber aus der zweiten sind nur noch schon und Wugo übrig. Das ist sehr traurig. Und alles nur, weil ich als Kapitän versagt habe. Es ist alles meine Schuld. Ach komm, das darfst du nicht denken. Es war wirklich nicht leicht für uns in letzter Zeit. Kein Wunder, dass sie aufgeben. Warten wir mal ab, wer alles zum Probetraining erscheint. Ich habe von 40 Anwärtern gehört. Allerdings unter diesen Umständen vielleicht kriegen wir eine coole eigene Mannschaft. Das wäre ja mal geil. Also wir haben mindestens zwei neue, die trotzdem in den Fußballklub möchten. Ja, genau. Ich will das Probetraining machen. More aussi. Das hat doch alles keinen Sinn mehr, Alter. Was geht denn bei dir, Apriki? Was? Doch, natürlich. Ach, na schön. Bereiten wir alles vor. Wie ein Fähnchen im Wind. Oh, das hat keinen Sinn. Oh, man muss doch... Gleich dürfen wir zeigen, ob wir gut genug für den Fußballklub sind, JP. Na ja, eigentlich ist jeder gut genug, wenn er jetzt dabei sein will, finde ich irgendwo. Das Probetraining findet auf dem Trainingsplatz vor der Schule statt. Wir kommen auch mit. Yeah. Dö, dö, dö. Oh nein, der Treff ist. Ganz viele Spieler haben den Fußballklub verlassen. Na ja, was stört mich das? Ich werde trotzdem Mitglied. Oh man, der hat so ein bisschen die Einstellung von Marc. Was passiert Schlimmes? Scheißegal. Ich mach's. So. Was ist denn das für einer? Der ist doch rot. Warum ist der rot? Hallo? Versus? Kann man die jetzt aufrufen? Lust auf eine kurze Partie? Traut ihr euch das zu? Ja, na klar. Gegen einen, der dumm in der Ecke steht? Natürlich. Äh, die Musterschüler. Uh, auf dem Fußballfeld dann auch direkt. Ausweichen, wir probieren's mal. Yeah. Ey, was bist du denn für ein Fußballer, Alter? Mach dir da hoppla, ey. Was ist das denn? Das ist doch peinlich. Ich wollte nur ein Tor schießen. Damit wären die Verhältnisse wohl klargestellt. Aber ihr habt gut gespielt. Wir sind jederzeit bereit für eine Revanche. Ja, jetzt mal hierher damit, ne? Ja. Ballbesitz muss man bleiben. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich wollte einfach nur ein Tor schießen. Jetzt müssen wir ein Tor schießen. Passt mir gut. Passt mir gut. Mir scheint es, als ob man wirklich mehr aufpassen muss, weil die noch trainieren müssen, so nach dem Motto. Und die Schusskraft wohl nicht so stark ist, oder keine Ahnung was. So kommt's mir ein bisschen vor. Weil er zum Beispiel auch gar nicht so weit werfen kann, wo man noch voll drauf achten muss. Das ist so irgendwie vom Spielgefühl her, klingt jetzt vielleicht ein bisschen drob, aber es ist tatsächlich anders. Was? Nee, schießen will ich nicht. Nee. Ich will doch passen. Jetzt hat er das automatisch zum Schuss erkoren. Ja, war ja klar, dass der das einfach hält. Ausreichen. Jawohl. Dann soll er mal schießen. Unser Mittelfeldstar sozusagen. Ja. Trinne. Tor. Super. Spitze. Gewonnen. Minisportgetränk. Wir haben verloren. Beim nächsten Mal läuft es genau anders herum. Alter, gibt es jetzt keine Zufallskämpfe mehr, oder was? Das fände ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Boah, dann gehen wir mal zum Trainer. Das sind alle, die in den Fußballklub wollen? Der Vorfall mit den schwarzen Templern hat unserer Schule richtig geschadet. Ich bitte um Ruhe. Über die Aufnahme in den Fußballklub entscheidet ein Trainingsspiel von 15 Minuten gegen diese fünf Spieler. Wer die Partie gewinnt, ist egal. Es geht nur darum, dass ich euch beobachten und eine Entscheidung fällen kann. Alles klar? Ja, Trainer! Oh, da ist er. Hm. Sprich mit den allen vor dem Probetraining. Punkt ist aber der. Das machen wir nett. Wir gehen erstmal hier auffrischen. Sicher ist sicher. So zu Sahre. Ups, da ist es doch. Los, lass mal sehen, wie du mit der Kugel umgehen kannst. Gib alles, Arian! Du bist also Arian Sherwin. Zeig uns doch mal, was du drauf hast. Wie ein Spitzenfußballer siehst du ja nicht gerade aus, aber das nötige Feuer hast du. So viel kann ich schon erkennen. Das war jetzt ziemlich gemein. Na, weiß ich nicht. So gemein fand ich das jetzt nicht. Ich hab schon mal so ein Probetraining gemacht, weil ich in die Grundschulmannschaft wollte, aber ich bin nicht reingekommen. Echt nicht? Ich hoffe wirklich, dass du diesmal mehr Glück hast. Am besten wäre es natürlich, wenn wir es beide schaffen. Oh, hat er wohl recht. Schlecht wäre das wahrscheinlich nett. Oh, okay. Das war ja sehr informativ. Mit denen kann ich gar nicht reden. Soll ich auch mit denen außerhalb labern, oder was? Ne, ne? Auch nicht. Mit wem soll ich denn da noch reden? Ah, mit dem auch! Ha, ihr werdet auch noch das Weite suchen, wie eure zweite Mannschaft kapiert es endlich. Fußball hat hier keine Zukunft mehr. Was hat der denn hier verloren? Ich? Ich bin nur als Beobachter hier. Aha. Dann ist dir ja sicher aufgefallen, dass nicht das ganze zweite Team aufgehört hat. Schuh und Hugo sind noch da. Aber nicht mehr lange. Die beiden wollen direkt nach dem Probetraining auch gehen. Was? Ja, wer es glaubt, Mann. Wer es glaubt hier. Nix da. Ja, wie? Jetzt muss ich da... Hä? Sind noch mehr Leute, mit denen ich reden muss? Was ist denn da los? Ich glaub, es gibt keine Zufallskämpfe mehr. Fänd ich schade. Die zweite Mannschaft ist erledigt. Nach dem Probetraining verschwinde ich auch. Hugo! Das hast du dir selbst zuzuschreiben, Kapitän Dirigo. Hör nicht auf ihn. Sam, tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Ich habe mein Versprechen nicht gehalten. Ich kann nicht mehr euer Kapitän sein. Ich soll Kapitän werden? Aber ich bin doch gerade erst ins zweite Jahr gekommen. Ein Kapitän sollte doch im dritten sein. Das spielt doch keine Rolle, Ricky. Der Schiffsektor kontrolliert inzwischen fast alles im Fußball. Aber wir geben nicht einfach so auf. Wir müssen versuchen, die Besten im Land zu werden. Das muss uns doch was bedeuten. Irgendwann muss das ja mal aufhören. Dann spielen wir in einem richtigen Turnier, wenn wir uns nicht vorher kaputt machen. Du hast uns zu einer Mannschaft zusammengeschweißt. Deshalb musst du Käpt'n werden. Verstehst das denn nicht? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Der ist ein bisschen... Ich weiß nicht, da fehlt so ein bisschen der Pepp für den Kapitän. Klar kannst du das, so wie du spielst. Das hält das ganze Team zusammen. Nur du kannst dieses Orchester dirigieren. Du machst die Mannschaft stärker. Ohne dich schaffen sie das nicht. Es bringt nichts. Ich bin einfach nicht gut genug. Ich kann die anderen noch nicht mal beschützen. Komm jetzt bleib hier. Und lass uns erst mal einfach weitermachen. Hm. Oh, Schluck. Tja. Nur damit du es weißt. Ich werde in diesem Club aufgenommen. Wie du meinst, Sherwin. Er hat unglaubliche Fähigkeiten dafür, dass er Fußball hasst. Ich verstehe das einfach nicht. Der mag Fußball eh am Ende. Das ist einer von diesen... Oh, ich mag das alles nicht. Oh, eigentlich finde ich geil. 100 pro. Bist du bereit fürs Probe-Training, Sherwin? Haha, na klar hier. Alles klar, dann geht's los. Jetzt entscheidet sich, wer es in den Fußball-Club schafft. Ich und fünf andere. Die Rayman 5. Start. Wer gewinnt, ist egal, wurde gesagt, ne? Oh, umgetrauen. Ey, ist der umgefallen oder was ist da los gewesen? Was ist das denn? Ablocken. Wir haben ja noch gar keine Techniken, ey. Ehrgeiz mich ein bisschen. Ablocken. Leute, aber ganz knapp teilweise, ne? Ablocken. Jawoll. Ausweichen. Was ist jetzt los? Ach, es läuft nicht gut. Ich kann da einfach nicht mithalten. Komm schon, JP. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Also ich gebe eben jedenfalls nicht so schnell auf. Das wird schon ganz bestimmt. Wäre doch gelacht. Hm. Er denkt wohl, wenn er nicht aufgibt, geht sein Traum in Erfüllung. Ja, irgendwie ist es halt so, ne? Wenn du deinen Traum verfolgst, dann passiert er auch. Alter, was bist du denn für ein Spinner? Uff. Hey, Ricky, was ist denn mit dir los? Wenn ich ihn ansehe, werde ich sauer. Ich weiß auch nicht, warum. Aber wenn ich seinen Ehrgeiz sehe, packt mich einfach die Wut. Heutzutage kann man sich beim Fußball noch so ins Zeug legen. Einen Sieg, der etwas bedeutet, kann man trotzdem nicht erringen. Aber Arion gibt immer noch alles, obwohl es keinen Sinn mehr hat. Ich gebe bestimmt nicht so schnell auf. Na dann zeig mal, was für ein Kämpfer du bist. Ja, Kapitän. Wupp. Und direkt hier diesmal. Volley. Volle Power. Der sieht ein bisschen aus wie, keine Ahnung, wer. Komm, Arion. Oh, jetzt wird vorher abgespielt. Was soll das denn? Ey, der hat den umgeschubst. Das ist gemein. Yeah. Dann schieß mal. Auch wenn ich nicht glaube, dass das klappt. Oh, jetzt macht er seine Technik, der Angeber. Wie, das kostet nicht mal TP. Ich denke, wer gewinnt, ist egal. So, Volley. Volle Kraft. Die einzige Chance, die ich sehe. Ja, wenn der da so eine Fähigkeit hat, wie sollen wir da denn bitte ein Tor schießen? Macht doch null Sinn. Hat er den Ball auch einfach, ey. Verloren. Verloren. Und jetzt? Okay. Oh, das ist ja fast ein Lob. Es ist soweit. Hier ist das Ergebnis. Wenn ich eure Namen aufrufe, dann seid ihr drin. Sherwin. La Paz. Das war's. La Paz heißt er. Ich nenne den trotzdem La Paz. Nur ich und Jeeper? Ich glaube, ich träume. Nein, du träumst nicht, Jeeper. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Wee, bin ich froh. Hehehe. Das ist doch Schiebung. Diese grünen Schneebel sind nicht halb so gut wie wir. Was bildet der sich eigentlich ein? Puh. Wenn sie diese Waschlappen für uns spielen lassen, dann ist das echt das Ende für Raimon. Hehehe. Na, wenn das die Waschlappen sind. Was seid dann ihr? Ha 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 ha. Trainer, warum haben sie ausgerechnet die beiden genommen? Hast du es nicht bemerkt, Dirigo? Was bemerkt? Arian Sherwin und Jean-Pierre Lapin. An ihn ist etwas Besonderes. Mehr sage ich nicht. Das beantwortet nicht meine Frage. Na und, du musst ja auch nicht alles wissen. Der Trainer ist der Trainer und entscheidet. Geduld, Dirigo, Geduld. Du wirst es schon noch sehen. Trainer Travis versteht es nicht. Weder ich noch sonst irgendwer kann den Club retten. Wir sind eh am Ende. Skye, Skye! Endlich bin ich im Raimon Fußball Club. Jetzt kann ich echten Fußball spielen. Toll, Arian! Das wird so lustig! Ja! Ha ha! Ich werde mein Bestes geben. Ihr werdet schon sehen! Sam Gucan hat das Team verlassen. Doug McArthur hat das Team verlassen. Superhu Honda hat das Team verlassen. Du kannst jetzt Schnatter, die Online-Plattform des Fußballclubs nutzen. Berühre im Menü Infos und dann Schnatter, so erfährst du immer den neuesten Klatsch und Tratsch. Viel Spaß dabei! Na, da bin ich mal gespannt. Speichern wir hier und machen auch einen Cut. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Die nächste Folge gibt es schon heute Abend. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!